Spurlos verschwinden braune Zwerge und lassen Astrophysiker verzweifeln. Aus dem Nichts entstehen mysteriöse Knoten, die Biologen Rätsel aufgeben. Alte Schriften können selbst von erfahrenen Historikern nicht eingeordnet werden. Das Lexikon des Unwissens von Katrin Pasig und Alex Scholz zeigt auf, wo unsere Wissensgesellschaft an ihre Grenzen stößt, wo menschliches Know-how derzeit endet. Auf 256 Seiten wird viel Physik, echt tierisches, aber auch allzu menschliches beleuchtet. Neben Widersprüchlichem zu Fragen, die wir schon gelöst glaubten, erfahren Sie auch Erstaunliches über Dinge, über die wir uns bislang einfach noch keine Gedanken machten. Zum Beispiel, was es mit dem Schnurren der Katzen auf sich hat oder worüber Narkoseärzte rätseln. Aber auch altbekannte Rätsel werden aufgeführt, wie beispielsweise das der weiblichen Ejakulation. Die einzelnen Beiträge kommen in überschaubaren Happen daher und informieren auf sehr unterhaltsame Art und Weise. Einen Lösungsanspruch haben die Autoren jedoch nicht. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie sich nach der Lektüre fühlen wie ein Sokrates, der bereits vor fast 2500 Jahren feststellte, Ich weiss, dass ich nichts weiss.